Bauhaus, wenn's gut werden muss. Die Nudels-, Dusch- und Wanneneinlage ist 100% aus PVC. Sie kann sowohl im Badezimmer, vor der Haustür, im Flur, sowie in Hobbyräumen oder im Garten benutzt werden. Eine ihrer Vorteile ist ihre spaghettiartige Oberfläche, die Feuchtigkeit, Schmutz und Wasser richtig schnell ablaufen lässt. Daher lässt sich die Matte leicht reinigen und trocknet schnell. Die Nudels-Matte ist 40x60 cm groß und existiert in unterschiedlichen modernen Farben, die ihren Wohnraum ästhetisch aufwerten. Bauhaus, wenn's gut werden muss. Die Nudels-Matte